So bewegen, dass sie einfach einen gar nicht zu fassen kriegen oder dass sie auf jeden Fall nur mit großer Schwierigkeit schaffen, dich dann irgendwie wegzutragen. Okay, was ist mit, dass wir die Strasse blockieren? Ja, aber ich meine mit Kau-Dung und Laub, damit es ganz glatt ist und dann sie haben Schwierigkeiten mit den Aufrüsten. Oder wir schmieren uns mit Kau-Dung, das ist braun, wir sehen scheiße aus, niemand will uns anbrechen. Und am besten wir stinken. Sehr wenig, also nichts. Nach acht Monaten? Tja. Egal, machen Sie weiter. Und was sage ich dem Ermittlungsrichter? Wer steht auf unserer Seite? Also, zur Gentrifizierung. Ein wirklich typisches Beispiel ist der Helmholtzplatz. Hier, so sah der vor 15 Jahren aus. Und so heute. Perfekt saniert. Gleichzeitig aber haben sich die Mieten verdreifacht. Von der ursprünglichen Ostbevölkerung lebt da inzwischen keiner mehr. Stattdessen Besserverdienende wie Ärzte, Anwälte, Politiker... Und Studenten. Und ein paar Studenten in den Erdgeschosslöchern. Genau. Gentrifizierung wie aus dem Lehrbuch. Und das auch noch staatlich gefördert. Papa, komm! Ciao! Hey, Boris! Hey, Hannes! See uns Samstag! Ja, klar! Meine Freunde kommen gleich. Ciao! Die neue? Ja! Viel Glück! Alles klar, Großer? Ja! Da sind ja auch Bilder drin, brummte er überrascht. Mit Büchern geht man behutsam um, sagte Jule mit einer strengen Falte auf der Stirn. Er blätterte langsamer und hinterließ nur noch ein paar geknickte Blattecken. Du, da war schon wieder dieser Typ. Was für ein Typ? Na, unten auf der Straße, der immer so komisch glotzt. Steht wahrscheinlich auf dich. Hey, als würde der mich beobachten. Vielleicht von der Stasi? So sieht der wirklich aus. Wo ist denn jetzt dein Artikel? Der kommt erst nächste Woche. Heute Nacht wurden in Potsdam drei Männer gefasst, die im Begriff waren, auf einem Parkplatz der Bundeswehr mehrere Fahrzeuge anzuzünden. Die Polizeibehörden gehen davon aus, dass es sich dabei um Mitglieder der sogenannten militanten Gruppe handelt. Diese Gruppe verübt seit dem Juni 2001 vor allem im Raum der Wiener. Anschläge auf Privat- und Öffentliche. Sie werden verhaftet wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht zu schweigen. Was die Bundesanwaltschaft behauptet, ist, dass er der intellektuelle Kopf dieser Gruppe ist. Das ist, ähm, Boris E. ist intellektuell in der Lage, die vergleichsweise anspruchsvollen Texte der MG, das ist die militante Gruppe, zu verfassen. Zudem stehen ihm als Wissenschaftler Bibliotheken zur Verfügung, die er unauffällig nutzen kann, um die zur Erstellung der Texte der militanten Gruppe erforderlichen Recherchen durchzuführen. Das ist doch absurd, das ist aus einem Beruf, das ist doch wissenschaftlich, das ist doch völlig absurd. Ich weiß. Boris. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Alles klar? Alles okay. Okay. Pass auf, ich lese dir einfach alles vor, was wir bis jetzt haben. Also, in mehreren Tatorten heraufgefundenen Bekennerschreiben wurden Begriffe gefunden, zum Beispiel, das ist jetzt wichtig, Gentrifizierung und Prekariat, die insbesondere in diversen wissenschaftlichen Publikationen des Beschuldigten B haben zu finden. Das heißt, die haben Gentrifizierung gegoogelt und sind so auf mich gekommen? Offensichtlich, ja. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Die haben euch elf Monate lang beschattet, wusstest du das? Telefon, E-Mails, Videoüberwachung, allein die Tonprotokolle umfassen 280 Ordner. Das glaube ich nicht. Ja, und nicht nur euch. Insgesamt wurden 4000 Personen in ihrer Umgebung erfasst. 4000? Ja, so ziemlich jeder, der mit euch befreundet ist. Eigentlich jeder, mit dem ihr in den 11 Monaten in Kontakt wart. Und die meisten von denen wurden dann auch abgehört. In der Begründung steht auch noch, wo du hättest dich mit einem gewissen Michael Dams getroffen. Michael, ja. Den kenne ich noch aus der Mainzer Straße. Den haben sie letzte Woche erwischt, wie er zusammen mit zwei anderen Bundeswehrfahrzeuge anzünden wollte. Michael! Außerdem behaupten sie, du hättest dein Handy nicht dabei gehört und das ist ja konspirativ. Wieso machen die das? Ich meine, die müssen doch nach ein paar Wochen gemerkt haben, dass bei mir nichts zu heulen ist. So eine Überwachung kostet ein Schweinegeld. Wieso machen die das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Politik ist Psychologie, Herr Danner. Wir brauchen diese Maßnahmen im Kampf gegen den Terror. Da sind wir uns ja wohl alle einig. Die Kunst ist, es den Leuten Stück für Stück nahe zu bringen und da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Ja, sicher. Aber wäre es nicht besser, wenn wir da jemanden nehmen, bei dem die Faktenlage einen dringenden Tatverdach zulässt? Wollen wir doch Aufsehen vermeiden? Wenn die Presse davon bitten kriegt, ich meine, das macht mir schon große Sorgen. Im Gegenteil. Wenn die linksliberale Presse den Fall aufgreift, so spielt uns das in die Hände. Aufhalten kann sie uns sowieso nicht. Aber, und das ist das Entscheidende, sie erhöht die Frustrationstoleranz. Die Leute gewöhnen sich dran. Ja, sicher. Aber trotzdem bin ich... Das klassische Strafrecht hat ausgedient, Danner. Wir müssen die Bombenleger kaltstellen, bevor sie zuschlagen. Jeder kann zum Terroristen werden. Er muss nicht, aber er kann. Deshalb müssen wir alles über ihn wissen. Die Leute müssen sich an das Prinzip der Präventivmaßnahmen gewöhnen. Das waren doch ihre eigenen Worte in Hamburg. Ja, im Prinzip schon. Wir tauschen ein kleines Stück Freiheit gegen ein großes Stück Sicherheit. Anders geht das eben nicht. Ich muss jetzt wieder rein. Das ist er. Oh, was du? Du hast doch nichts. Wie kannst du mich das fragen? Danke, Jack. Guten Abend. Guten Abend. Und? Es ist nicht so gut gelaufen. Haftbefehl wurde aufgehoben. Im Bundesgerichtshof hat uns ganz schnell in den Arsch getreten. Im Gegenteil. Die Operation war ein voller Erfolg. Ja, aber wir haben doch... Tja, die militante Gruppe. Wenn es die nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Eine Operation des Verfassungsschutzes, meinen Sie? Keine Spekulation. Wir beide werden das Ganze ja nie erfahren. Interessiert mich auch nicht. Was zählt, ist Folgendes. Der Mann war hervorragend vernetzt. Die Daten, die Sie in den 11 Monaten gesammelt haben, die sind Gold wert. Für die Antiterrördatenbank? Vor allem für die SD 32. Gefährderteil. Ja, Ergebnisse sind fantastisch. Wir haben jetzt einen detaillierten Einblick in die gesamte linkspolitische Szene, bundesweit. Für die nächsten G8-Gipfel werden wir Ihre Daten gut gebrauchen können. Prävention hat einer. Gefahrenabwehr. Gehst du doch dahin. Irina, das ist das letzte Treffen vor der Demo. Ich muss dahin. Ich kann die doch jetzt nicht im Stich lassen. Du bleib' jetzt hier. Wir wissen doch gar nicht, wo du lief' ich sind. Irina. Ich hab' solche Angst. Ich hab' Angst. Ich hab' Angst. Ich kann's nie. Irina. Hey, Irina. Hey, Irina. Ich bleib' da. Ich bleib' da. Ich bleib' da. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist gut. Ich bleib' da. Ist ja gut. Ich bleib' da. Ich bleib' da. Ich bleib' da. Untertitelung des ZDF, 2020